Die Europäische Volkspartei EVP übt sich in Kontinuität und nominiert Ursula von der Leyen erneut für den Vorsitz der Europäischen Kommission. Führende Persönlichkeiten der EVP haben mit Euronews gesprochen bei ihrer Konferenz in Bukarest. Der Green Deal, der die EU auf eine grüne Wirtschaft umstellen soll, war eine der wichtigsten Errungenschaften der von der Leyen-Kommission. Manfred Weber bestreitet, dass er durch den Widerstand des Agrarsektors gefährdet ist. Ein ehemaliger Kommissionspräsident sagt Euronews, dass der Green Deal gefährdet sei, wenn die EU ihre Klimaagenda nicht mit den Bedürfnissen und Anliegen von Industrie und Landwirtschaft in Einklang bringe. Die Europäische Volkspartei ist, dass der Green Deal gefährdet ist, dass der Green Deal gefährdet ist.